Lea und Lea ... Ja, eigentlich kannst du nur Leo und Lea heißt. Völlig richtig! Mich hat die Luisa-Stutze gemacht, wenn man nachfüllt, das klingt bayerischer als Lea, wahrscheinlich. Das haben wir schon. Viele Geschmitsk ampelt. Das ist zu englisch, das ist zu englisch und und das ist… Welche Fraktionen sind derzeit im Montag? Was gibt es noch? Andere Fraktionen außer der AfD? Das haben wir auch nicht gemacht. Das muss ein Druckfehler sein. Tja, dann wünsche ich alles Liebe. Ich habe jetzt den Kran für mich allein. Genau, machen Sie was draus. Nicht zu viel, aber das war meins. Danke sehr. Vielen Dank, alles für den wir wollen. Das brauchen Sie, glaube ich. Vielen Dank. Vielen Dank.